Du bist mein erster Gegner, warst dir lächerliche Scheiße Jetzt denkt man, ich würd mich nur noch an Schwächeren vergreifen Gewandst mal eine Runde, doch wirst du im Endeffekt nichts reißen Denn was du da machst, das würd ich nie als Battle-Rap bezeichnen Reines Nummer 2, es ist klar, dass diese Schwuchte fliegt Den nächsten Sieg hol ich mir mit 50 Punkten Unterschied Weil du übertrieben wack bist, du Faggot Doch kommst als Gewinner aus den schlechtesten Battle Du disst n' Haus mit deinen peinlichen Parts Mit dem Videobeweis, wo du sie eigentlich magst Sag doch, ich sei wack und beweise es, du Scheißspass Am besten mit nem Screenshot, wo du mich geliked hast Hier ist das Image eines Trottes bekannt Denn deine Mama hat dich schon immer besonders genannt Ich kauf eine Cola Deck, mehr mehr als jetzt auch nicht Du kaufst eine Cola Deck, sieg ein neues Outfit Du bist hässlich und ich werde diese Schlampe bang Du bist der Meme in einer Runde, da ist das ganze TNM Mesdames et Messieurs, vous écoutez une production Ja ohne Zeit, du denkst du kommst an Risa vorbei Ja Doch das passiert leider nicht, weil er hier weiter ist Du hast zwei Gegner besiegt und denkst, das macht dich stark Doch das denkt nicht, weil das nur deine Freundin und deine Anfänger waren Und viel mehr auch nicht, deshalb kommst du ja nur weiter wenn er Du bist von Hässigkeit gepickt, du bist ne hohle Stampe Ey, du hast das Marketing-Gesicht einer Kondom-Kampagne Elia missbraucht Menschen einfach gegen ihren Willen Mann, es ist fies, einen Behinderten zu filmen Deine Videos sind komisch, ich kann's gar nicht mehr fassen Der Wechsel performt nicht, das sind doch Panikattacken Es gibt keinen, der deine Kacke fühlt Außer Elia hatte deine Spuren Tag und Nacht auf den Tag Du schlank, reizt so zu Tode und bringt dazu keinen Punch Aber bitte komm nicht an mit deinem Pummel auf Gesang Du singst zu übertrieben Wake und hast mehr schiefe Bahnen Als die Rape berrote Mario Kart Es ist klar, dass du behindert floss Triffst du mal den Truck Day, kriegst du von mir Finderlohn Ja Runde 2, du denkst du kommst an Risa vorbei Doch das passiert leider nicht Weil er hier weiter ist Du hast zwei Gegner besiegt und denkst, das macht dich stark Doch das zählt nicht, weil das nur deine Freundin und deine Anfänger waren Und viel mehr auch nicht Deshalb kommst du ja nur weiter, wenn er nie das Punkte kriegt gleich noch eine Anfänger Und kannst dich auf den Tag Und kannst dich auf den Tag Triffst du auf den Tag